Und damit begrüße ich euch herzlich zurück zu Black Mesa. Ja, es war eine ziemlich lange Pause jetzt. Ein bisschen was anderes gespielt. Und auch mal ein bisschen gechillt, weil es ist ja jetzt schon wieder was wärmer, ne? Und jetzt geht es weiter in Blast Pit. Und da oben ist er durch. Kriegt das da hin? Komm ich da dran? Ach, hier, Leute, alles klar. Aber, äh, ja, wie ihr hört, die Bugs sind immer noch da. Da wurde nichts dran gebracht, wie es aussieht. Ich hab's da so ein bisschen gehofft. Und jetzt gerade stört mich das Kabel über meinem Mikrofon, weil es auf meinem Arm liegt. Na, komm schon, komm schon, ja, ja, ja. Ach, ist schon besser. Äh, jo. Und jetzt geht es weiter. Was ist das denn für ein Netter? Hier. Fall einfach tot um. Hallo? Hä? Hä, wieso trifft der mich von da? Was für ein mies. Oh, jetzt laden wir hier nochmal nach. Japp, 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 japp. Granadas. Hm, mal gucken. Das sieht bestimmt jetzt lustig aus. Wow. Okay. Eine sehr verzögerte Explosion. Die Kisten müssen ja, die Kisten müssen ja immer erst brennen, ne? Was hab ich da jetzt überhaupt aktiviert? Kommt jetzt hier irgendwo was hoch, runter? Der blubbert's nur. Habe ich denn da an? Oder haben wir einen Aufzug? Den können wir wahrscheinlich fahren. Aber vorher nochmal hier hoch. Äh, was haben wir hier schönes? Über eine Nase kratzelt. So. Äh. Das ist super. Obwohl wir hier 38.000 fast das Trillionen Grad haben. Ja. Ist meine Nase trotzdem zu. Happy Birthday. Und ich habe nicht mal den Ventilator die Nacht an ihr habt, weißt du? Schlimm, schlimm, schlimm. So, jetzt. Irgendwie vermisst man jetzt hier, wie hieß die erst? 2LX? Irgendwie sowas. Äh. Dass sie hier so steht, so schön mit kurzen Beinen, so angelehnt. Äh, Garden. So, wer will was wissen? Ich habe für alle was dabei. Erstmal Safety und so. Ähm. Mal wieder Explosives. Achso. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Es sieht aber extrem cool aus. Da haben wir das. Haben wir hier noch was drin. Ist ja schon wieder ein Weihschirm her, dass ich das hier gespielt habe. Äh. Und, ja. Ein bisschen jetzt mittlerweile den Faden verloren. Ich weiß nicht. Ja, das ist, äh. 3, 4 Wochen. Gibt's so eine alte Kiste. Und. Ein bisschen direkt wieder vollgematscht. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Ich habe genau das hier vergessen. Komm schon. So. So, so, so. Bringt er hoch. Jetzt hier. Und an der Seite lang. Und hepp. Und hepp. Ui, ui. Jetzt auch nur Leiter klettern hier. Die verlangen aber was. Jetzt soll ich den ganzen Weg zurückrennen? Nö. Hä? Ups. Achso. Ah, okay. Ich verstehe. Was hat er denn hier schön ist? Vielleicht ziehe er was versteckt. Voll die Ladung abgekriegt. Ah. Was sind wir denn hier? Das sieht ja cool aus. Müssen wir hier lang? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich jetzt genau da drunter, wo wir jetzt gleich eigentlich hätten hingehen sollen. Okay. So, 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 so. Gib mir Stuff. Gib mir Stuff. Schreibt gerne noch so ein bisschen Lade. Also ein bisschen Batterie für beide Anzugs. Ja, wir sind sogar schon richtig. Okay. Gehen wir erst einfach mal in die andere Richtung noch. Wenn das noch geht. Das geht nicht. Ah, Kopfjucki, jucki. Irgendwie juckt alles Wolltan hier. Es ist ja Sommer. Es ist viel zu schlimm. Gucken, vielleicht kommen wir echt nicht mehr zurück. Doch, komm. Das muss doch irgendwie gehen hier. So, zack. Gehen wir mal in die andere Richtung. Okay. Das ist ja jetzt super, dass man hier jetzt nicht mehr rauskommt. Ne, das ist ja nett. Ist ja freundlich hier von dem Spiel. Ja, einfach einschließen. Man muss ja nicht unbedingt sich umgucken können. Aber gut. Wow. So, jetzt sind wir wieder Paul. Erleben. Echt jetzt? Ganz Magazin? Da ist das Scheiß wieder. Das sieht ja nett aus jetzt hier. Schöne neue Malung. Schöne neue Gestrichen. Nicht so wunderschön. Da unten will ich jetzt am liebsten nicht rein. Was haben wir denn hier noch? Okay. Äh, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich meine, man hätte mal, also, was ist das? Okay. Gucken. Ob das klappt. Wir speichern jetzt einfach einmal. Wenn das nämlich nicht klappt, habe ich keinen Bock, alles noch mal zu machen. Ah, das funktioniert also. Und tap. Das klappt auch ganz gut. Und tap. Und tap. Und tap. Alles klar. Alles klar. Sehr schön. Mach auf jetzt. Schöne da rein. Ja, damit wieder voll, ne? Na, da war es. Mal gucken, kommen wir auch so wieder zurück. Ja. Woll. Aber genau da hapert es dann wieder. Also nein. Wir müssen echt wieder hier... Ja. Oh. Boah. War knapp. Zu viel Action für mich. Und jetzt hier. Ich habe jetzt echt gedacht, wir kriegen Schaden, ne? Das sah so hoch aus. Machen wir das schon mal aus. Und eben ja in einer Spiel... Energiesprachzeiten, ne? Ah. So. Hoch die Tassen. Erst mal was trinken hier. So, das ist ja bei dem Wetter das wichtigste, ne? Ja. Wer sich beschwert, dass im Sommer... Ja. Wenn nun der Display getrunken wird, ey. Der hat echt, äh... Ja. Ein paar Probleme. Das sind aber viele hier. Okay, das war wieder nicht so klug. Aber was soll's, was soll's. Okay, das wird jetzt gleich nicht so cool. Und der... Ah, okay. Da muss ich geduckt laufen. Okay. Aber jetzt kommt der gleich wieder, der Tv, der uns nur hören kann. Wow. Der kann aber verdammt gut schießen, ne? Nimm mal die noch nicht. Nimm mal hier mal den Revolver. Das geht schneller. Jut, jut. Äh, können wir hier rein? Ne. Seht nicht so aus. Okay, Sir. Da geht's los hier. Hilfe. Er hat, glaube ich, durchgefallen. Okay, ich hab kein Wort verstanden. Verdammt sind die Viecher groß. Ich hatte die ein wenig anders in Erinnerung. Aber gut. Die sind, äh, ein bisschen gewachsen. Verhältnismäßig. Okay. Okay. Das heißt... Warum ist da Barney? Ist er lebensmüde? Mal gucken, wie weit wir jetzt hier kommen. Sobald ich das... Ach, mach dich. Ach, kacke, kacke, kacke. Na super, da kann ich mich direkt umbringen gehen. Weil, wofür dann noch mit den fünf Leben, ne? Ist ja Unsinn. Müssen wir da jetzt nach ganz unten? Haua. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Nicht mein Tag. Achso, ich will doch nur die eine da treffen. Man. Eigentlich sobald man rennt. Also in unserem Fall sprintet. Halten wir sie mal distracted. Super, ist auch top abgeteilt. Jetzt ist er direkt da. So, mal Tutti und Tutti. Ha 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 ha, wir haben es geschafft. Der Wett spricht mal da unten, hätten wir da nicht mal springen müssen. Oxygen. Oxy-Fuel. Was mit dir? Oh mein Gott, Alter, das ist ja gut. Oh, da kommt Blut raus, das ist ja eklig. Uh, komm. So. Okay, hier kriegen wir dann mindestens schon mal Leben wieder. Oh. Und hier sind wir jetzt. Zombies. Schleschmutterrei hier. Okay, da ist nix. Kann ich jetzt da einfach so reinjumpen? Ich glaube nicht, oder? Ich habe noch ein bisschen Angst. Da ist doch... Da ist Wasser. Achso, bei dem anderen wäre auch Wasser gewesen. Oh. So. Was ist denn hier drunter? Ist hier irgendwas? Ne. Nix. Hier noch ein Kistchen. Haben wir hier noch ein Kistchen. Nö, jetzt ist was drin. Schön. Ich bin so lustig. Ähm. Jo. Äh, was haben wir hier als Schönes? Wende, Wende, Wende. Hier, da war bestimmt wieder was da am Ende auf uns. Okay, das war die richtige Seite. Gucken wir mal an die andere Seite. Irgendwas brennt hier auch. Okay. Okay. Okay, 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 so. Ähm, ja. Und, ja. Wollen wir hier irgendwas machen? Nein. Wieso lebt der Trip noch hier? So. Jetzt bist du down. Arschlo. Komm mal hier. Nichts. Komm mal hier. Okay. Äh, ciao.